So gefällt es mir. Alle Nullpunkte. Alle auf dem gleichen Level. Guten Morgen! Es ist ein neuer Tag, ein neuer Sonntag. Und wir fahren wieder rennen. Machen Lärm in unserer Nachbarschaft. Sind sicher am Flachen, wenn wir da fahren. Und wer ist es mehr? Ihr kennt es. Die Crew! Abgespeckt! Ein wenig. Aber wer ist dabei? Wer ist Ehrenmann? Zum einen... Der Marc, der Nilay. Salut! Hallihallo meine Lieben! Und dann der zweite Ehrenmann, auch wenn er immer wieder lost ist. Der Maelo. Ey Leute! Was geht? Und dann haben wir eben nicht Elia, der dabei ist. Er hat anders vor. Dafür haben wir eine alte Legende bei uns. Und zwar das Zendronik. Salut zusammen! Ihr merkt es. Wir haben heute einfach angenehmer. Wir wollen friedlich sein. Wir wollen keine Action. Wir wollen ganz gemütlich cruisen. Weil sonst regen wir wieder noch tödlich auf. Das heisst, Mario Kart ist angesagt. Und ihr kennt es. Immer die gleichen Regeln. Es gibt Spiegel etc. Und so weiter. Fertig gelabert. Wir gehen rein in die Action. Los geht's! So, erstes Rennen. Wolken. Ich habe es nochmal schon wieder vergessen. Das ist unglaublich. Alzheimer Kick. Aber so laut. Aber egal. Vielleicht kriege ich den Start her. Oder? Nein? Jawohl! Nein! 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 Das ist so eine Map, wo man wieder oben runter fallen kann. Das ist nicht gut. Ich hasse diese Maps. Das ist ja... Ja. Ja. Nein! Was ist das? Nein! 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 So leistet die Planung an. Ein scheiss verdreckes Banane. Ich hole yhte Banane. Komm, komm, komm. Jawohl. Sehr gut. So. Perfekt. Gemütlich cruisen. Wir haben gesagt, wir fahren gemütlich. Also mach ich das auch. Wir wollen nicht gewinnen. Wir geniessen Assichten. Wieso bin ich so schlecht? Ja genau. Nein! Hey, die Huren, gestern, nur weil ich König war, wieso kommt es mir weg? Ich hatte noch nie einen Geist. Bei der ganzen Aufnahme. Hey, ne, ich habe mir schon 10 Mal die Items geklaut. Und jetzt kommt man jetzt ruhig erreicht. Da kommen wir noch rot ab. Ich fahre meine eigene Banane. Jetzt ist der gut hier. So. So. So, dumm. Jetzt gib mir etwas Gutes. Hey, wieso macht... Was? Was ist das jetzt gewesen? Hä? Schreiben in die Kommentare, was da passiert ist. Ich bin gerade wieder einmal überfordert. So. Schön der blaue Abwech. Wie sich das gehört. Ah, das schmeckt. Scheisse. Das ist einfach dumm. Oh, jetzt kommt wieder ein scheiss Tintenquacks. Hey, wenn ich jetzt runterfalle... Das wäre super. Nein, ich habe nichts. Ich habe nichts zum Attacieren. Wir brauchen irgendetwas zum Attacieren. Gib mir einen roten. Gib mir einen roten. Gib mir einen roten. Ja, aber es war schön. Es war gut. Es war gut. Es war gut. Die anderen sind wohl längstens in der Schiene, oder? Schau mal, Omen, nicht auf. Wir sind zwar nur ein Puff. Nein, knapp. Boah. So knapp. Ich hätte fast einen Call gehabt. Nee. Ja, wir sind halt einfach schon gut. Muss man das schon sagen. Ja, ihr habt doch nicht Anlob. Es ist nicht gut. Wir sind einfach bis jetzt x1 zu Management. Scheisse. Nein, nicht Kumu. Wieso? Kumu? Ja, die hatten wir schon. Oh, ich bin scheisse auf dieser Matte. Die hatten wir vor zwei Wochen. Ganz ehrlich. Das spielt keine Rolle. Oh nein. Jawohl. Ich bin einmal kurz vor Maelo. Geniessen wir diesen Moment? Feieren wir das? Oh, ich bekomme ein gewisses Gestein. Ich bin auch mitten in die Zone hineingefahren. So. Komm, 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 komm. So. Jawohl. Ja. Das gibt es hier nicht. Wohl, das gibt es. Geniessen wir. Geniessen wir einfach so einen Moment. Nein, nein. Nicht den roten. Nein, nein. Das war gar nicht rein. Du bist so... Ich sag dir einfach nicht. Ja, klar ist es rein. Er ist so ruhig. Er ist konzentriert. So, jetzt sage ich nichts. Ich bin einfach ruhig. Und dann haue ich ihm die Hura sich in den Arsch hinein. Und dann genau das hat er hergekriegt. Jawohl. Ihr Hustli Schmustli. Gib mir etwas Schlaues. Gib mir etwas. Irgendetwas, was ich zwei auf zwei kann umhauen. Oh mein Gott. Der Bombo. Ja. Oh mein Gott. Sehr schön. Die rote. Nein, bitte. Jawohl. Doch, die rote. Sehr schön. Nicht von der nächsten. Nein, nein, nein. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein, wenn ich einmal... Nein. Ich habe den blauen Abgeordneten. Es explodiert alles bei mir. Hey, hey. Wer ist denn auf dem ersten Platz? Hey, das glauben wir nicht. Wer ist? Du? Es ist nicht zum glauben. Warte, die drei rote. Nein, 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 nein. Du bist so... Nein, lass mich doch einmal erste werden. Nein. 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 Du bist doch ein Sonnaseckl. Jawohl. Nein. Ach, Mann. Nein. Du bist doch ein Sonnaseckl. Du bist eine elende Ohr. Du bist eine Banane. Ich hätte auch einmal eine erste werden können. Durchgehend erst gewesen. Es ist einfach ein Fehler in diesem Spiel. Erst sein während der Runde. Ja, und bloß, du kommst vor allem gefickt. Das Schlimmste ist, wenn es von mir noch wird. Mit Visa wieder ein drittes Rennen. Donut-Ebene. Oh, ein guter Start. Das könnte passen, oder? Jawohl. Ich schläge alle einen guten Start her. Das ist fast die Vize. Wohl, das kann... Oh nein, nein, nein. Da, mal da. Aufpassen, ja. Nein. Ich habe das Glück gesehen. Er ist an mir vorbei. Jawohl. Boop. Nein, nein. Nicht auf meinen roten. Sehr schön, so. Einfach die Kurve noch gut näher. Konzentriert fahren. Oh, ich bekomme einen roten. Aber nochmal hier. Hey, die Boots. Die Boots. Scheisse. Der Eiderode war von mir. Ich wollte aber gar nicht auf dich. Du wolltest mich gleich überholen, oder? Ja, ja, ja. Und den hätte ich gar nicht auf dich sollen. Ja, aber dann... Hier. Kuss. Oh! Hey, habe ich jetzt mit dem Feuer wirklich dieses Ding abgewehrt? Du hast mich gefickt mit dem... ...dem Ding. Ich wollte einfach drauflaufen. Nein, so schlecht. Einfach wie ein Fretzack. Ja. Nein, hey, Fahre. Wieso fahre ich in diese Hurenwiesen? Jetzt hast du mir alle meine roten Turtles genommen. Mit einem solchen Ding. Und jetzt werde ich durchgereicht. Weisst du, ich bin doch so... Hey, die Leute haben das Gefühl, ich bin jetzt ein besserer... Nein! Komm, ey! Aufgeben, pass. Oh, yes. Einfach den blauen. Oh, sehr schön. Ja, ja. Kommt. Schmeckt. Ah, dann verliere ich auch noch die Bombe. Ja, ja. Ja, ja. Oh, wer ist da gekommen? Wahrscheinlich den Christian. Ja! 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 So eine lucky Sau. Das gibt es doch nicht da. Nein, aber ich werde doch gleich nicht zweites oder drittes. Ja! Aber vor Maelo! Die Ziel erreicht einmal vor ihm. Was haben Sie? Ah, ich bin in das letzte Arena. Nein, scheisse. Scheisse. Ich fehl stark. Ich habe es gerade gesehen. Ich habe es gerade gemerkt. Ich war einfach wieder zu nervös und wollte es gut machen. Und dann so eine Sache. Ich bekomme eine Donation. Ja, und eben Eli. Ich bekomme natürlich die besseren Geschichten. Ja, genau. Ich bekomme gegen den verdammten Dreck. Und jetzt habe ich mal einen überholt. Oh, nein. Ach, Scheisse. Da ist so eine... Oh, nein, nein, nein. Das ist... Oh, schön. Oh, zwei Jahre. Ich bekomme kein Geschenk. Weil der Gris hat in der Rentner mir das weggenommen. Zum Gott sei. Das nächste Geschenk. Dahinten habe ich dir auch noch gegeben. Bitte. Hey, Eli. Du bist am Arsch gegangen. Ich habe mich erwischt. Ich habe mich erwischt. Komm, komm schon. Ja, komm. Ja, komm. Nein! Oh, nicht. Oh, endlich mal. Oh, oh. Ich fahre wie eine Rentner. Ja, das fahre jetzt gerade wieder wirklich. Ich bin so gut dran gewesen. Ich brauche einfach... Am Schluss wieder so eine... Was ist das? Vergete? Tragete? Du bist absolut OP. Ja. Ja. Nur mit dir kann schon fahren. Hey! Der Boden ist vor mir. Das gibt es doch nicht. So wie es muss sein. Nein! Jetzt verfahren wir noch wie blöd. Ich bin wieder 6. Nein, 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 nein. Ja, ich bin 7. Noch mal. Ich bin 10. Jetzt kommt wieder der Team-Tax. Jetzt kommt wieder der Team-Tax. Gib mir etwas Gutes. Gib mir etwas Gutes! Gib mir etwas Gutes! Ja, sehr schön. Letzte Runde, letzte Runde! Jetzt brauche ich Glück. Jetzt brauche ich einfach Glück. Können ihr da vorne nicht ein bisschen schlechter fahren, bitte? Ich brauche auch mehr unfaire Items vor allem mit dir. Ah, schön fahre ich eine Banane. Ja, ich fahre in eine Banane. Wie? Ich werde die... Immer, immer. Ich scheisse Eintes zum Schluss. Ja, was will ich mit der Tröte, wenn ich nicht erst bin? Was? Hey, das ist ja so... Oh mein Gott, war das Anziehgefälle? Die haben sie bei mir getroffen. Ja, ich bin am Arsch. Ich bin Kumpel. Nein, ich bekomme nicht mal mehr Dings. Ich bekomme nicht mal mehr diese Scheisse-Frage-Zeichen-Kiste. Scheisse, dritten Platz. Nein! Das ist einfach eine bodenlose Frechheit von diesem Game. Kurz vor dem Ziel kommt er an die Reketa, tätscht mir in den Arsch ein und ich werde zu X. Jetzt schon die vierte. Ah! Ah! Ah, ey! Ein bodenlose Frechheit! Zum Glück war das das letzte Rennen. Weisst du, wer ihn nicht gesehen hat, ist der scheisse Kommentator, wie ein Höhne ist da am Klatschen. Und du hättest nicht auf ihm die Pläne wieder gestopft. Sie sind äußerst behindert. Höhne ist am Klatschen. Das ist doch einfach nur schön. Das ist unglaublich. Unglaublich, aber hey, ich habe es wieder geschafft, dass kein Bot vor mir ist. Ausser Maelo, weil er cheatet. Also es ist so dokumentiert wie ein Bot. Hä? Das war's! Mit weiteren vier Rennen, die doch Spass gemacht haben. Und einmal bin ich... Ich merke, wie ich werde besser werden. Ich werde besser, man merkt es. Ich hoffe auf jeden Fall. Jetzt sagt ihr es einfach, um mich zu beruhigen. Auf jeden Fall, hoffe ich euch hat das ganze Video gefallen. Wenn es der Fall ist, Daumen nach oben da lassen. Abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos verpassen. Und dann auch runter in die Videobeschreibung gehen. Dort findet ihr noch einen Link zum Kanal von Maelo, wo es noch weitere Action gibt mit Mario Kart und uns vier noch. An dieser Stelle verabschieden wir mich schon von euch alle. Und ich gebe euch drinnen die letzten Wörter. Hühnerhaufen. Kebabladen. Das nächste Mal keine. Mal kein wenig. Haha! Hahaha haha! Hele 개- T applause T Bis zum nächsten Mal.